Sie hören? Ich dachte schon, du fragst mich nie. Von Gabriela Engelmann. Gelesen von Verena Wolfin und Günter Merlau. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Prolog. Sophie. Hamburg. Ein Unglück kommt selten allein. Das Glück aber zum Glück ebenfalls, hält Sophie dagegen. Das wäre wirklich zu hoffen, sagt Liv. Wer's glaubt, wird selig, ungt Pauli. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Diesen Satz hatte ich schon verinnerlicht, bevor ich weder das Alphabet fehlerfrei aufsagen noch eins und eins zusammenzählen konnte. Meine Mutter hat ihn mir von klein auf eingetrichtert und sich ihre Träume erfüllt, wann immer es ging. Mittlerweile bin ich selbst Mama und heute ist der große Tag meiner 22-jährigen ältesten Tochter. Nein, sie heiratet nicht. Sie eröffnet ein Cook-Up-Restaurant. Verheiratet ist sie mit ihrem Beruf als Köchin und das, seit sie genüsslich schmatzend ihren ersten Löffel Grießbrei verputzt hat. Toi, 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 Schatz. Ich bin unglaublich stolz auf dich. Trinken wir auf dein Wohl und darauf, dass das Restaurantprojekt ein Hit wird, sage ich mein Herz zum Bersten voll von Mutterliebe. Danke, Mama, sagt Liv und gibt mir ein Küsschen auf die Wange. Ohne dich, Geli und Pauli hätte ich das alles nicht geschafft. Schade, dass Papa nicht dabei sein kann. Wir Erwachsenen stoßen mit einem Glas Cremant auf den Erfolg an. Meine Tochter Pauline mit Cranberry-Schorle. Sie ist mit 15 zu jung für Alkohol und findet Rauschmittel aller Art zum Glück noch unfly. Also weit schlimmer als uncool. Uns bleibt eine halbe Stunde bis zum Eintreffen der 30 Gäste, die meine Tochter zur Eröffnung eingeladen hat. Ich wisch hier nochmal eben durch, sagt meine Schwester Angelika, genannt Geli und zugleich beste Freundin. Sie lehnt am Tresen, der den Innenraum des Restaurants von der offenen Küche trennt. Falls jemand von der Presse ins Allerheiligste will. Nimmst du dafür den Feudel, den du anhast? fragt Pauli und grinst sich eins. Geli trägt einen bunt gemusterten Minirock aus Niki, ein fliederfarbenes hautenges Oberteil und Overknee-Stiefel. Geli, mein sexy 70s-Girl. Nein, zu wenig Stoff und nicht saugfähig genug, kontert sie grinsend und zupft dann am Ärmel von Paulis Kleid. Ich glaube, ich schnapp mir dafür lieber dein Outfit. Es ist doch aus Bio-Baumwolle, nicht wahr? Pauli giggelt. Liv holt unter der Spüle einen Wischeimer, Putzmittel und Lappen hervor und reicht alles ihrer Tante. Danke, Tantchen. Du bist ein Schatz. Mit dem Hinweis, schaue nochmal vorn nach dem Rechten, gehe ich in den Gastraum. Das Livs besticht durch eine gelungene Mischung aus hellem, puristischem Interieur und hübschem Blumenschmuck, an dem Pauli und ich in den vergangenen Tagen gewerkelt haben. Kleine Einweckgläser, gefüllt mit zarten Zweigen weißer Kirschblüten, grünem Blattwerk und hellroserer Nunkeln. Die dominierenden Farbtöne der Deko sind weiß, silbergrün. Dazu passend habe ich Servierten und Tischkarten ausgewählt, die Geli mit kalligrafischem Geschick beschriftet hat. Aus den Lautsprechern pert leise Chill-Out-Musik, von Pauli verächtlich als Spotify-untauglich bezeichnet. Ich summe leise mit, während ich die Kerzen auf den insgesamt zwölf Tischen anzünde, die das Livs nach und nach in warmes, sanftes Licht tauchen. Gerade als ich einen letzten prüfenden Blick auf alles werfe, ertönt ein gellender Schrei. Oh mein Gott, das klingt nach Liv. Ich stürze Richtung Küche und fege dabei einen Teil der Deko herunter. Was ist passiert? Frage ich panisch. Und dann sehe ich sie. Meine Tochter liegt auf dem kalten, harten Küchenfußboden. Ein Bein seltsam verrenkt. Die Haare zerzaust und, das ist das Allerschlimmste, wimmern vor Schmerzen, die ich ihr sofort abnehmen würde, wenn ich nur könnte. Neben ihrem Kopf liegt der umgekippte Putzeimer und das ausgelaufene Wischwasser nimmt gerade Kurs auf ihr zur Seite gedrehtes Gesicht. Ich rufe den Notarzt, sagt Geli, kreideweiß im Gesicht und umklammert das Handy. Ich schiebe meine Knie als Kissen unter Livs Kopf. Von den Millionen Gedanken, die durch meinen Kopf wirbeln wie Flocken in einer Schneekugel, zählt nur einer. Ich muss Liv beruhigen. Und mich selbst auch. Sonst bin ich ihr keine Hilfe.